Corinna Schumacher gibt alles, um die Privatsphäre von Michael Schumacher zu schützen. Doch Kriminelle haben sie im Visier. Als müsste diese Familie nach dem tragischen Unglück von Michael Schumacher nicht schon genug ertragen. Kriminell verschafften sich jetzt sensible Daten über den Rennfahrer und erpressten die Schumachers damit. Seit seinem tragischen Skiunglück vor rund zehn Jahren ist Michael Schumacher von der Bildfläche verschwunden. Fans weltweit hoffen nach wie vor, dass sie ihr Idol eines Tages wieder zu Gesicht bekommen. Doch der Zustand des einstigen Rennfahrers ist noch immer unbekannt. Niemand weiß, wie es ihm wirklich geht, und niemand weiß, wie er heute aussieht. Die Familie schweigt und bewahrt ihre Privatsphäre. Die Erpresser wollten 15 Millionen Euro. Das ruft Kriminelle auf den Plan, denn die wissen ganz genau, wie viel Geld man mit solchen Informationen verdienen könnte. Zwei Männer aus Wuppertal würden jetzt festgenommen. Sie sollen die Schumachers mit sensiblen elektronischen Daten erpresst und 15 Millionen Euro gefordert haben. Ob es sich bei diesen Daten um Fotos, Videos oder Patientenakten handelt, ist unklar, ebenso, wie die Täter an das brisante Material gelangen konnten. Nachbar Thomas Reß gibt Einblicke in das Schumacher-Anwesen. Wahrscheinlich wurden die Daten den Erpressern von einer noch unbekannten Person zugespielt. Es muss wohl ein Mitarbeiter sein, der Zugang zum Schumacher-Anwesen hat. Vermutet Designer Thomas Reß, der ebenfalls im mallorquinischen Nobelort Porte d'Andrax wohnt und von seinem Pool aus die riesige Schumacher-Finka sehen kann. Wir hatten hier auch schon Handwerker, die bei den Schumachers gearbeitet haben. Die haben erzählt, dass sie sogar Verschwiegenheitserklärungen unterzeichnen müssen. Reß kennt das Schumig-Grundstück sogar aus erster Hand. Ich war selbst schon mal dort, eine Freundin wollte die Immobilie kaufen, aber Corinna hat sie sich geschnappt, erzählt er. Das Anwesen ist wie eine Hacienda aufgebaut. Es führt nur ein schmaler, bewachter Zugangsweg hinauf. Da kommt keiner unbemerkt rein oder raus. Zudem sei die Anlage mit mehreren Gebäuden völlig autark. Sie haben eine eigene Strom- und Wasserversorgung. Es wurde ein Tunnel durch den Berg gebohrt, wodurch das Meerwasser gefiltert und nach oben gepumpt wird. Auch die Häuser auf dem Gelände sind mit geheimen Tunneln verbunden. Doch all diese Vorsichtsmaßnahmen reichen offenbar nicht aus, die Familie vor kriminellen Attacken zu schützen.